Katapult Katapult ist ein ganz tolles Lied, was mit drei Frauen stattfindet. Und das ist für mich ein großes Highlight, weil ich sowieso immer dafür bin, Frauen im Job und Frauen in der Branche und so. Kat und ich haben das Lied ursprünglich als Duett geschrieben und haben dann irgendwie es nicht geschafft, eine Bridge- und ein C-Teil zu finden und haben gesagt, wir brauchen jetzt einen Rapper und haben dann Little Sims gefunden. Und Little Sims hat das ganz toll gemacht und es ist eins, wenn nicht sogar mein Lieblingslied auf dem Album. Untertitelung. BR 2018